Hallo und ganz herzlich willkommen bei Cybersoft. Heute geht es mal darum, wie wir unter Linux, nämlich genauer gesagt unter Linux Mint, den Google Chrome und danach die Crypto Wallet Metamask installieren können. Wir sind hier in unserem Linux Mint, das ist ganz frisch installiert und wir starten hier zuallererst unseren derzeitigen Webbrowser, nämlich hier den Firefox. Jetzt suchen wir hier einfach mal nach Chrome. Das Ganze immer mit Enter abschicken natürlich und hier gehen wir nun auf Google.com, das ist hier der zweite Eintrag. Dann hier auf den blauen Button Chrome herunterladen. Nach dem Download klicken wir auf diesen kleinen Pfeil und dann hier auf die heruntergeladene Datei. Hier nun auf Paket installieren, hier geben wir unser Passwort ein, dann hier bestätigen, fortfahren und schon ist der Google Chrome hier installiert. Können wir das also hier schließen, schließen auch hier den Firefox und starten uns jetzt hier den Google Chrome. Dazu gehe ich hier unten auf das Linux Mint Symbol und gebe hier einfach mal Chrome in die Suchleiste ein. Da haben wir hier Google Chrome, rechte Maustaste mal darauf und dann hier zum Schreibtisch hinzufügen. Da bekommen wir hier eine Verknüpfung direkt auf dem Desktop und jetzt können wir uns Google Chrome hier auch starten. Hier unten den Haken, den nehme ich jetzt raus, dann gehen wir hier auf OK und sind hier im Google Chrome angekommen. Jetzt geht es noch darum, MetaMask zu installieren. Dazu gehen wir hier oben auf die Adresszeile und suchen einfach mal nach MetaMask. Das Ganze mit Enter abschicken, hier dem natürlich zustimmen und hier gehen wir nun auf MetaMask.io. Download now, install MetaMask for Chrome, da drücken wir drauf. Ich mache jetzt hier das Fenster mal etwas größer, damit wir es besser sehen und da sind wir hier im Chrome Webstore angekommen und gehen hier auf der rechten Seite einfach auf hinzufügen. Dann auf Erweiterung hinzufügen und damit ist hier MetaMask schon in Google Chrome unter Linux installiert. Nun werde ich hier noch meine Wallet importieren, dazu gehen wir hier auf Erste Schritte, dann auf Wallet importieren, I agree. Und hier können wir nun unsere Wallet mithilfe der Recovery-Phrase wiederherstellen und die Recovery-Phrase, das war dieser lange Satz, den ich im ersten Video zu MetaMask erwähnt hatte. Wir fügen die Recovery-Phrase hier also ein, entweder mit STRG und V auf der Tastatur, wenn wir sie kopiert haben oder wie ich jetzt mit rechter Maustaste und einfügen. Und hier unten dann unser Passwort. Hier noch den Nutzungsbedingungen zustimmen und dann hier auf Importieren geklickt. Alles erledigt. Und schon sind wir hier in unserer Wallet angekommen und es funktioniert auch alles. Ja, das war's dazu. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch wie immer einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss. Hey, vielen Dank, dass du dir das Video hier bis zum Ende angeschaut hast. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib dem Video doch bitte einen Like oder unseren Kanal ein Abo. Beachtet doch noch bitte unsere rechtlichen Hinweise, dass alles, was in diesen Videos hier passiert, auf eigene Gefahr geschieht. Jeden Dienstag und jeden Donnerstag gibt's hier auf unserem Kanal ein neues Video rund um die Welt der IT. Bis zum nächsten Mal.